ja leute so beginnt eine folge von mir herzlich willkommen zu minecraft schön dass ihr wieder eingeschaltet habt freut mich ultra und ja heute sieht die sache so aus wir gehen auf den server drauf und ich habe gestern gestreamt leute war gestern wieder ein ultimativ cooler stream werden ziemlich viel geschafft und zwar haben wir ein haus gebaut nein wir haben eher ein loch gegraben in den berg leute ich demonstriere das ganze bzw ich zeige es euch einfach mal so ihr kennt ja hier die brücke die habe ich ja schon in der ersten zweiten folge gemacht und dann hat bei louis drache hier das ganze ding irgendwie groß gemacht das wollen wir noch so ein bisschen verkleiden dass es halt wieder wie berg aussieht leute und dann geht man hier in den berg rein leute da hier und dann haben wir hier und ein esser und ein debitor ist da das darf mich nicht töten egal ich will euch was zeigen auf jeden fall wir haben hier ich muss sagen ich habe es gerade ein bisschen ich hoffe dass er nicht kommt auf jeden fall haben wir hier die eingangshalle das hier wird noch weg gemacht und dass er wird auch noch weg gemacht und da unten sind es halt na monster weil da halt kein licht ist na ich habe noch kein licht hin gemacht aber hier geht es runter in mein zu hause in mein neues sozusagen leute hallo es geht und hier wurde effekt wurde euch mal ein bisschen vorher tag und sagt und sagt so perfekt ok hätten wir erledigt so leute das hier ist der untere bereich hier habe ich jetzt mal die ecke hin gemacht und hier haben wir so ein ja wie heißt schachbretten muster hier habe ich hier mal so angefertigt und was wir heute machen wollen tut mir leid ist es weil ich ja magier bin leute den schrank unter der treppe ich bin nämlich harry potter haben wir mal im stream entschieden ihr wart voll auf begeistert von der idee und hier geht es dann runter hier wird dann mein bett stehen und ich muss das ganz fix mal einfach hier diese tür machen leute weil der harry potter und das ist doch ohne witz leute das ist weltklasse so wir müssen den boden hier dann noch raus ruppen irgendwie so zack 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 gehen wir mal hier hinten man das ja noch weg so dann können wir das noch gut hinsetzen und dass da dann auch noch den boden und die wände müssen wir dann halt noch irgendwie schick machen so das lassen wir es so ja mal fünf rom abel kommen wohl mal ein bisschen mehr hier kurz raus weil ich habe das ganze immer geschützt wird hier mit dem meißel leute da kann man nämlich hingehen und sagen ja ich will das da und es haben wir das da leute so das ist nämlich dann für die wände auf jeden fall da also dass ihr dieser stein da so sagt sagt da brauche ein bisschen mehr so wie es aussieht so und dann hier noch das ganze rein klatschen so da oben fehlt halt für die decke noch was aber ist auch kein problem weil da habe ich noch was so das hier ist dark oak planks sind das und jetzt muss ich hier noch mehr frei machen so der boden wird auf jeden fall komplett so dunkel also hier kommt die tür drauf und dann machen wir jetzt sagt 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 passt ja fast perfekte 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 so hier drin habe ich noch ein bisschen marvel leute ich sage immer ich habe im stream habe ich immer marvel gesagt leute da gab es ja den neuen adventure film so das soll gut sein habe ich gehört war dir da schon drin würde mich mal interessieren hier kann ich dann vielleicht noch eine kiste hinstellen wenn ich das dahin macht so und das hier noch und zack 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 und es soll ja schön eng sein ich weiß ja nicht habt ihr die harry potter filme geguckt ich auf jeden fall sind richtig 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 coole filme sagt sagt und sagt da haben wir das dass das ok wunderbar ich würde sagen also so kann man sich jetzt mal nicht beschweren das sieht ultimativ hammer geil aus ich brauche ein bisschen mehr davon sagt und dann machen wir erstmal hier dass er noch und da den boden und hier so zack 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 so es reicht das da so dann können wir jetzt schachbrett muss dann nämlich weitermachen so so oha wie gut dass hier alles passt so ok nice also ich muss echt sagen mir gefällt das richtig gut und hier unten schlafen wir jetzt weg wir schnappen uns jetzt am besten einfach mal im bett werden wir da draußen die betten na und dann würde ich sagen machen wir aber da unten noch kohle naja unten will ich noch fackeln hinsetzen wird es mit klausern und so dann noch ein bisschen hübscher machen auf jeden fall und es fehlt hier noch ein hübsches bettchen das ist also mir gefällt ich weiß nicht wie ihr das findet aber leute ich würde mich mal über den daumen nach oben freuen wenn es euch denn gefällt so das ist nämlich immer gut zu wissen wenn es euch gefällt so das ist ja alles jetzt schön symmetrisch erbaut worden da bin ich auch happy mit so 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 und dann haben wir hier noch irgendwie irgendwas um ja weiterzubauen die decke können wir weiter in dem stile machen oder so ich weiß es noch nicht aber wir gehen jetzt auf jeden fall mal nach oben und holen uns ein bett und dann haben wir den schrank unter der treppe das ist das ist genial leute das ist mir sofort gekommen wir sind ja das heißt mein mein ding ist mein trophäe die würde ich noch mitnehmen max hat ja hier unten leute dass ich weiß nicht ob ihr das schon gesehen habt da unten gibt es hat max das hier gebaut leute hier sind die trophäen sozusagen sieht richtig richtig nice aus und bin überlegen ob ich sowas eigenes auch noch mache irgendwie keine ahnung ich weiß nicht mal gucken auf jeden fall ist jedes lager ich habe schon angefangen und bis sind das läuft da das umgeändert max hat das alles umgeändert ich habe das ich habe das anders und diamanten und so schade ich brauche noch da hinten das bett das bett das bett so ein bett schnapp ich mir leute dann gehen wir darunter kann man die betten eigentlich noch mal einfärben warte mal so geht nicht mehr kann ich irgendwie so gibt es braune das hier wäre jetzt richtig gut mit kakaoboden hatte das ist halt so eine sache oder floral braun leute wir könnten uns theoretisch halt echt irgendwie ein braunes dings machen wenn ein braunes bett das wäre halt noch irgendwie praktisch irgendwo noch mal da ist noch ein bett so dann brauchen wir jetzt noch braune wolle was heißt braun manchmal ist es echt einfach was braunes verdammt okay wir müssen ganz kurz hier durch die welt spazieren und braune flower finden das dürfte eigentlich kein problem sein weil die hier überall wachsen braun 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 sind alle meine collider braun 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 ist das nicht braun noch mal achtung sagt da brauche ich hier das da und das bekomme ich von den von denen also diese ich weiß wie sie aussehen jetzt aber ich habe nichts zu essen mit egal macht ja nehmen wir einfach mal diese pflanzen hier sagt mangos die schmecken lecker ich brauche aber jetzt die braunen pflanzen das wäre jetzt mehr um einiges lieber da haben wir welche perfekt leute perfekt so wunderbar gut hat er das gemacht aber steht so und jetzt können wir ganz easy hingehen sagt 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 und können wir wieder nach nacht zu hause fliegen und dort das bett färben allerdings brauche ich halt dafür dass da und es geht mit einem holz nach schale und ich bin schon ein bisschen zu weit geflogen ausschalten so was habe ich die nicht angezogen gehabt und ich habe die doch habe ich die nicht hat es nicht ich dachte ich hätte die angezogen scheiße naja halb so wild leute ist nur ein tod leider nur ein tod aber ich dachte ich hätte die angehört naja hatte ich anscheinend nicht scheiße das war weil man die hier nicht seht dachte ich gut ich habe die an ja gut passiert mal ist halt so will leute ich bin immer noch gut gelaunt ich hoffe ihr seid auch immer noch gut gelaunt zusammen sind wir mega gut gelaunt das haben wir auf jeden fall am start hier noch und dann brauche ich weiter und stick noch ein stick 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 da man stick okay wir haben alles beisammen das ist weltklasse und dann machen wir hier unten auf jeden fall dass da dass da das da sagt an der hals so 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 und dann haben wir hier auf jeden fall so ein braunes bett dann passt es nämlich da wunderbar unten rein leute wenn man damit direkt ein spawn point setzen und das muss ich sagen leute passt hier unten glaube ich richtig gut rein weil wir machen wir hier noch so eine fackel hin und hier noch zack gehen wir hier unten rein und dann könnt ihr mir mal in die kommentare schreiben was hier noch dazu muss leute muss hier noch irgendwas hin würdet ihr jetzt sagen hier noch eine kiste da noch eine kiste oder irgendwie ein bild oder so schreibt mir das unbedingt mal in die kommentare was ihr hier noch sehen wollt am trophäen bin ich jetzt am überlegen ob wir das extra hier irgendwie den raum machen ob hier ein extra trophäen raum hinkommt oder ob wir das einfach da hinten mal klatschen ja machen wir einfach jetzt mal dahin und jo leute ich würde mich mega über die kommentare freuen da und würde mal sagen leute das hat sich auf jeden fall gelohnt hier das da zu bauen und würde einfach mal sagen macht's gut bis zum nächsten mal hoch und hoch ich muss vom server runter tschüss